Musik Füße sind unsere Lebenspartner. Sie sind immer für uns da, halten die Balance, tragen uns durch unser Leben, geben uns unendlich viele Glücksmomente und die Freiheit, gehen zu können, wohin wir wollen. 60 Prozent der Erwachsenen haben Fußprobleme. Es wird Zeit, uns um sie zu kümmern, denn ihre Gesundheit ist in Gefahr. Musik